Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. In diesem zeige ich dir, wie du dein AVM-Produkt mit der Freifunk-Firmware ausstatten kannst. Ich habe jetzt hier dieses Tutorial explizit für den Fritz Repeater 300E vorbereitet. Das funktioniert aber auch für diverse andere Produkte von AVM. Kurzum, was ist Freifunk? Freifunk besteht aus mehreren kleineren Communities in ganz Deutschland und auch in diversen anderen Ländern noch. Sie stellen von privaten Personen kostenlose sichere Hotspots zur Verfügung, mit denen du dann frei ins Internet gehen kannst. Du kannst problemlos mitmachen und deinen eigenen Hotspot zum Beispiel bei dir zu Hause oder wenn es dir erlaubt ist, in deinem Geschäft zu installieren und eben deinen Besuchern dann einen gratis Hotspot anbieten zu können, ohne dass du dir irgendwelche Sorgen um diverse rechtliche Angelegenheiten machen musst. Hier in diesem Tutorial werden wir, wie gerade erwähnt, einen Fritz Repeater 300E mit der Freifunk-Firmware ausstatten. Dieses Tutorial geht auch problemlos mit anderen AVM-Produkten. Du kannst beispielsweise deine Fritzbox ebenfalls mit einer Freifunk-Firmware ausstatten. Welche Produkte von AVM unterstützt werden, gibt es auch unten in der Videobeschreibung als Link. Klick einfach dort drauf und schau nach, welche aktuellen Produkte mit dieser Methode unterstützt werden. Dieses Tutorial ist auf mehrere Parts unterteilt. Wir werden als allererstes nämlich unser System mit Python ausstatten, denn dass das Ganze funktioniert und die Skripte auch funktionieren, braucht unser Rechner Python. Danach werden wir die passende Firmware auf unser Gerät draufflaschen und schlussendlich das Gerät einrichten, sowie der Freifunk-Community in unserer Umgebung beitreten und diese dann eben dafür informieren, dass wir jetzt hier ein Hotspot installiert haben. Wir gehen als allererstes hin und installieren Python auf unserem Rechner. Je nachdem, was du eben für ein Betriebssystem verwendest, ist die Installationsroutine etwas anders. Das Ganze geht problemlos auf Windows, Ubuntu bzw. eben Linux sowie auf Mac. Wir werden das Ganze hier auf Windows umsetzen, wie du bereits siehst. Ich habe jetzt hier schon mal eine Webseite aufgerufen, wo auch die ganze Anleitung, die wir hier jetzt durchspielen werden, in Text- und Bilderform dargestellt wird, sowie auch die passenden Skripte und diverse weitere Links beinhaltet. Wir gehen hin und machen unseren ersten Schritt. Wir laden uns Python nur runter. Dazu gehen wir direkt auf die Python-Webseite und laden uns von dort für unser Betriebssystem eine passende Version runter. Hier für Windows müssen wir einfach weiter runter scrollen und können dann hier zum Beispiel den Installer direkt herunterladen. Ist der Installer heruntergeladen, können wir das Ganze auch direkt installieren lassen. Ich gehe jetzt hier einfach in mein Download-Verzeichnis und wähle hier das aktuelle Setup, das ich heruntergeladen habe, aus. Nachdem wir das Setup geöffnet haben, können wir hier direkt auswählen, ob wir es installieren möchten oder ob wir die Installation noch etwas anpassen möchten. Ich wähle jetzt hier einfach mal die anpassbare Installation aus und füge zum Beispiel noch Python zu den Umgebungsvariablen hinzu. Kann man machen, muss man aber nicht. Mit einem Klick auf Ja können wir dann das Ganze installieren lassen und die Installation beginnt dann, wie üblich. Das Ganze wird, je nachdem wie schnell euer Rechner ist, einen kleinen Moment in Anspruch nehmen. Deswegen gebt dem Rechner kurz die Zeit, das Ganze zu installieren. Ist das Ganze durch, können wir auch das Setup beispielsweise direkt löschen. Weiter geht's mit dem Herunterladen der passenden Flash-Software. Das ist ein einfaches Skript, was eben dann dementsprechend dafür sorgt, dass wir auf unser AVM-Produkt eben unsere gewünschte Firmware flaschen können. Das Ganze ist ein Python-Skript, deswegen haben wir auch Python installiert und der Download finden wir auf GitHub. Wir laden hier fritzflash.py herunter und speichern das Ganze beispielsweise jetzt im Download-Ordner. Und daraus werden wir dann arbeiten. Ebenfalls brauchen wir jetzt die passende Freifunk-Firmware. Die kriegt ihr eben von freifunk-firmware.de. Dort könnt ihr nach eurem Hersteller einmal filtern und dann euer passendes Produkt aussuchen. Ich in meinem Fall hier wähle jetzt hier eben aus bei AVM den Fritze WLAN Repeater 300e. Danach kriegen wir direkt den zweiten Schritt angezeigt, wo wir dann den Upgrade-Button zur Verfügung bekommen. Das andere kriegen wir dort nicht. Schritt 3 wäre dann das Herunterladen der passenden Firmware. Ich wähle jetzt hier einfach die Stable-Version aus, hier in meinem Fall Version 2019.1.0 plus 001. Wir speichern das Ganze ebenfalls im Download-Ordner ab. Jetzt müssen wir unseren Rechner noch etwas vorbereiten. Als allererstes sorgen wir dafür, dass alle WLAN-Verbindungen, die wir jetzt haben, aus sind. Also wir dürfen nicht mit irgendeinem WLAN verbunden sein. Als nächstes müssen wir unseren Netzwerk-Adapter noch anpassen. Dazu gehen wir hin, drücken auf unser Netzwerk-Symbol, gehen dann in die Netzwerk- und Internet-Einstellungen und gehen dort auf Adapter-Optionen ändern. Dort wählen wir dann unseren aktiven Netzwerk-Adapter aus, drücken ihn mit Rechtsklick an und gehen in die Eigenschaften. Dort wählen wir dann das Internet-Protokoll Version 4 an, machen einen Doppelklick drauf und setzen den Punkt bei folgende IP-Adresse verwenden. Als IP-Adresse tragen wir nun die 192.168.178.2 ein. Wir dürfen hier auf keinen Fall eine 1 oder eine andere Zahl eingeben. Wir brauchen jetzt zwingend die 2. Bei Samt Netzmaske klicken wir einfach rein und dann soll die 255.255.255.0 automatisch drinstehen. Als Standard-Gateway geben wir die 192.168.178.1 an. Den Eintrag bei DNS-Server können wir komplett leer lassen. Wir bestätigen das Ganze dann mit OK. Nun können wir die ganzen geöffneten Fenster erstmal wieder schließen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Gut, nun ist es an der Zeit, euer AVM-Produkt mit eurem Rechner zu verbinden. Das bedeutet, ihr schließt ein LAN-Kabel an euren Rechner an und das andere eben an eurem AVM-Produkt, entweder FRITZ!Box oder an eurem Repeater. Da ich jetzt hier nur einen Repeater habe, bleibt mir eben nur eine LAN-Buchse davon übrig, wo ich eben mein LAN-Kabel anstecke. Habt ihr beispielsweise eine FRITZ!Box, dann steckt doch dort das LAN-Kabel an den LAN-Port 1. In der Regel sind diese alle beschriftet. Stellt nun sicher, dass euer Python-Skript, was ihr heruntergeladen habt, im selben Ordner sich nun befindet wie eure Firmware. Hier in meinem Fall befindet sich alles im Download-Verzeichnis. Führt nun das FRITZ!Flash-Python-Skript mit einem Doppelklick aus. Sollte sich hier auf Windows ein CMD-Fenster öffnen und das Skript sollte starten. Es steht noch einmal alles drin, was ihr tun müsst, sprich eure IP-Adresse auf eine statische abändern, die eben die 192.168.178.2 ist, sowie die Subnetz-Maske auf eine 255.255.0 ändern und das Standard-Kateway eben auf die 192.168.178.1 abändern. DNS soll die leer lassen. Habt ihr dies alles so gemacht, könnt ihr eure FRITZ!Box oder euren Repeater jetzt mit Strom versorgen. Habt ihr das gemacht, geht wieder zurück an euren Rechner und drückt Enter. Ihr müsst innerhalb von einer Minute jetzt Enter drücken, weil nach einer Minute sperrt sich die FRITZ!Box oder der Repeater wieder und das Skript funktioniert nicht. Wartet zu langsam, zieht nochmal das Ding vom Strom, steckt es nochmal rein und drückt nochmal Enter innerhalb von einer Minute. Das Skript wird dann nun anfangen, die Firmware, die sich jetzt ebenfalls in dem Verzeichnis befindet, wo eben das Skript abgelegt ist, drauf zu flashen. Dies kann eben jetzt je nachdem, wie schnell euer Gerät ist, was ihr besitzt, einen kleinen Moment dauern. Ihr kriegt auch angezeigt, in welchem Status er sich aktuell befindet. Die LEDs, die an dem Gerät verbaut sind, werden auch dementsprechend nacheinander in diversen Abschnitten unterschiedlich leuchten. Ihr seht also an sich, das Gerät arbeitet noch. Das Skript meldet dann nach einiger Zeit, dass alles erfolgreich abgeschossen wurde und wir nun ca. 2-5 Minuten warten müssen, bis das ganze Ding wieder korrekt von vorne gebootet ist. Wir kriegen ebenfalls auch dann die neue IP-Adresse angezeigt, welche sich jetzt 192.168.1.1 schimpft. Wartet also jetzt einen kleinen Moment noch ab, bis sich euer Gerät komplett frisch gebootet hat und dann bereit ist. In der Zwischenzeit, solange der bootet, müssen wir den Rechner noch etwas anpassen. Das bedeutet, wir gehen jetzt hin und editieren unsere Netzwerkeinstellungen erneut. Das heißt, wir gehen wieder in die Netzwerk- und Internet-Einstellungen, gehen dann auf Adapteroptionen ändern, wählen wieder unseren Netzwerkadapter aus und gehen in die Eigenschaften, gehen dann wieder auf Internetprotokoll Version 4 und setzen den Punkt wieder auf IP-Adresse automatisch beziehen. Das gleiche auch für DNS-Server. Gehen dann wieder auf OK, bestätigen das nächste wieder mit OK und können dann die Einstellung wieder schließen. Der Rechner sollte jetzt über unser Router oder Repeater eine IP-Adresse automatisch erhalten, denn das ganze Ding hat jetzt ein DHCP-Server aktiv. OK, als nächstes gehen wir hin und gehen zurück in den Webbrowser und rufen dort nun die IP-Adresse auf, die uns angezeigt wurde, sprich die 192.168.1.1 und drücken Enter. Uns begrüßt nun das Setup von Freifunk. Hier müssen wir einige Informationen über unseren Hotspot noch angeben, dass er sich komplett fertig einrichten kann. Zum einen müssen wir den Knotenpunktnamen festlegen, also bei Namen dieses Knotens einen netten Namen angeben. Dieser steht auch schlussendlich nachher in unserem WLAN-Namen drin. Ich nenne das Ganze jetzt hier einfach mal FF3L für Freifunk-Dreiländereck und dann einfach Hörling-Test. Als nächstes können wir noch eine Domäne auswählen. Also am besten eine auswählen, in der ihr natürlich lebt. Wir nehmen jetzt hier einfach mal als Beispiel Schwarzwald-Bab. Ihr könnt dann noch freiwillige Sachen angeben, wie zum Beispiel, ob eine API verwendet werden soll, um die Geokoordinaten eures Freifunk-Hotspots damit zu finden. Oder auch nicht. Ihr könnt auch festlegen, ob eine Internetverbindung via Mesh-VPN genutzt werden soll. Also damit euer Repeater oder Router mit nahegelegenen Freifunk-Hotspots sich verbindet und damit auch eine Internetverbindung auferrecht halten kann, soweit eure Hauptinternetverbindung beispielsweise ausgefallen ist. Die Bandbreite darüber könnte auch begrenzen. Wir lassen nun jetzt aber hier mal die Bandbreitenbegrenzung weg. Wir können auch die Knotenposition im Internet veröffentlichen, also dass das Ganze auf einer netten Karte dargestellt wird. Wir müssen hier lediglich den Breitengrad und den Längengrad unseres Standortes angeben. Ihr könnt noch hier eine Kontakt-E-Mail-Adresse angeben. Falls also eine gewisse Person etwas über deinen Hotspot wissen möchte, kann er dich darüber kontaktieren. Zum Beispiel eine E-Mail, aber es geht auch eine Telefonnummer. Habt ihr die notwendigsten Informationen angegeben, drückt auf Speichern und Neustarten. Ihr kriegt nun noch einen VPN-Schlüssel angezeigt. Diesen müsst ihr an die oben angegebene E-Mail-Adresse senden, damit euer Hotspot eben jetzt in der Community aufgenommen wird und auch schlussendlich online gehen kann. Alles, was ihr weiter tun müsst, steht ebenfalls hier noch auf der Seite drauf. Euer Router bzw. Repeater wird sich nun neu starten. Ihr könnt nun das Ladenkabel von eurem Rechner abziehen und an eurer herkömmlichen Internetverbindung anstecken. Der Router oder Repeater wird dann von eurem herkömmlichen Router, was ihr verwendet, eine IP-Adresse via DHCP erhalten und dann hoffentlich auch online gehen. Eine weitere Anpassung an sich ist jetzt über das Web-Interface nicht mehr möglich. Habt ihr irgendwas vergessen oder ihr möchtet auch weitere Einstellungen vornehmen, dann müsst ihr einfach lediglich einen Knopf auf eurem Router drücken oder Repeater. Im meisten Fall ist es der WPS-Button und zwar drei Sekunden lang, da wird das Gerät neu gestartet und in diesen Konfigurationsmodus erneut gestartet, in dem wir gerade waren. Ihr müsst das Gerät dann ebenfalls wieder an euren Rechner anstecken, die LAN-Buchse und abwarten, bis das Gerät eurem Rechner eine passende IP-Adresse zugewiesen hat via DHCP. Ihr könnt dann das Gerät wieder wie üblich über die 192.168.1.1 aufrufen und ihr landet dann wieder in diesem Konfigurationsmodus. Wenn ihr die Seite dann aufgerufen habt, solltet ihr eure bisherige Konfiguration vorfinden. Ihr könnt rechts oben auch noch, auch in der Ersteinrichtung, den Reiter Erweiterte Einstellungen anklicken. Darüber lassen sich noch diverse andere Einstellungen vornehmen. Wir halten als erstes eine Infoseite, die noch einige Informationen über unser eingesetztes Produkt sowie die installierte Software anzeigt, wie eben mein AFM Repeater. Über den Remote-Zugriff können wir per SSH uns dann auch wieder auf das Gerät aufschalten, sobald es ganz normal im Betrieb ist. Ihr könnt entweder einen SSH-Schlüssel verwenden oder unten ein sicheres Passwort festlegen. Drückt danach auf Speichern, wenn ihr eins von beidem angegeben habt. Wie gesagt, ihr schaltet euch hiermit dann per SSH auf, sprich ihr braucht auf eurem Rechner noch Putty, dass ihr auf das Ding draufkommt. Ein Webinterface hierfür gibt es leider nicht. Im Bereich WLAN können wir noch weitere WLAN-Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel, ob wir das Client-Netz verwenden möchten, also den Access-Point-Modus, ob wir die Mesh-Unterstützung haben möchten und wie stark unser WLAN-Sender senden soll. Wir können hier lediglich die Sendeleistung reduzieren, wir können sie nicht erhöhen. Maximal ist in Deutschland sowieso nur 100 mW zugelassen für das 2,4 GHz Band, deswegen mehr geht auch gar nicht. Wenn man weiß, wie geht es zwar mehr, aber es ist dann rechtlich nicht erlaubt. Wenn ihr Anpassungen vorgenommen habt, drückt auch hier eben wieder auf Speichern. Dann gibt es noch das private WLAN. Hier können wir das Ganze aktivieren und den Repeater beispielsweise, sowie auch unsere normale Fritzbox, als normalen WLAN-Access-Point für unser Heimnetzwerk verwenden. Alles, was dann über dieses WLAN drüber geht, wird komplett an Freifunk vorbeigeschleust und bleibt ganz normal in unserem Heimnetz. Somit können wir beispielsweise auch mit dem Gerät unser Heimnetz an sich erweitern, plus zusätzlich natürlich den Freifunk-Hotspot bereitstellen. Ihr müsst lediglich eure WLAN-SSID hier angeben, so wie sie jetzt aktuell ist, sowie euer aktuelles WLAN-Kennwort. Solche Funktionen wie das Mesh, was AVM an sich anbietet, funktioniert hier dann leider nicht. Wir haben lediglich dann einen Access-Point. Unter dem Bereich Netzwerk können wir noch festlegen, ob sich das Gerät zum Beispiel automatisch per DHCP eine IP-Adresse ziehen soll oder ob wir eine statische vergeben möchten. Wir können hier IPv4 oder IPv6 auch komplett deaktivieren, soweit wir eins von beidem gar nicht benötigen. Wir können beispielsweise auch Mesh auf dem WLAN-Port aktivieren, soweit unser Gerät eben einen besitzt. In meinem Fall habe ich nur den Repeater, deswegen habe ich solch einen Port gar nicht, deswegen brauche ich es auch gar nicht aktivieren. Unter dem Bereich Automatische Updates können wir noch auswählen, ob sich das Gerät automatisch aktualisieren soll, soweit neue Firmenwares bereitstehen. Wir können auch den Branche auswählen, also ob wir die stabilen Version haben möchten, Beta- oder experimentelle Version. Bei Logging können wir einen Logging-Server hinterlegen, soweit wir wissen möchten, wie es unserem Gerät geht, und wir eben einen externen Logging-Server haben. Intern loggt das Ganze zwar auch ein bisschen mit, dies ist aber, glaube ich, in den meisten Sachen, so wie ich es gesehen habe, komplett deaktiviert, um den Speicher etwas zu schonen und nicht dauernd zuzumüllen. Ihr könnt es nutzen, es wird allerdings nur komplett unverschlüsselt in dem Netzwerk übertragen. Ihr könnt auch hierüber eine neue Firmware hochladen, soweit eben eine neue aktuell zur Verfügung steht, und ihr sie schon auf eurem Rechner heruntergeladen habt. Habt ihr alle Anpassungen vorgenommen, könnt ihr rechts oben zurück auf den Wizard gehen, und dann das Gerät meinetwegen nochmal fertig konfigurieren, und dann natürlich Speichern und Neustarten nicht vergessen. Unser Freifunk-Cotspot wird sich dann wieder neu starten, ihr bekommt dann wieder den VPN-Schlüssel angezeigt, den ihr dann immer noch eurer Freifunk-Community zusenden könnt, dass der Hotspot in Betrieb gehen kann. Und sobald das gute Stück dann wieder neu gestartet ist, geht dann wieder hin und steckt natürlich das LAN-Kabel von eurem Rechner ab, verbindet dies dann mit eurem Freifunk-Hotspot, sowie mit eurem Heimrouter, und schon kann es losgehen. Soweit ihr SSH eingerichtet habt, könnt ihr natürlich gucken, ob euer Route dann darüber erreichbar ist. Wie gesagt, auf Windows braucht ihr beispielsweise noch Puddy dazu, und könnt euch dort dann mit dem User-Route und eben mit eurem vergebenen Passwort über das Web-Interface anmelden. Euer Hotspot sollte dann nach wenigen Augenblicken zur Verfügung stehen. Ihr seht ihn erstmal dann als Offline, denn er hat sich wahrscheinlich noch nicht mit eurem VPN-Schlüssel bei eurer Community anmelden können, weil die ihn noch wahrscheinlich nicht freigeschaltet haben. Das kann unter Umständen einige Stunden dauern, bis die eben das meistens von Hand irgendwo eingetragen haben. Ist euer Hotspot online gegangen, so wird das Ganze natürlich auch in eurem Hotspot-Namen dann angezeigt. Damit sind wir auch am Ende des Videos, und ich hoffe, euer AVM-Produkt ist nun erfolgreich ein Freifunk-Hotspot geworden, und ihr könnt nun von zu Hause aus ein sicheres und kostenloses WLAN zur Verfügung stellen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Freifunk-Hotspot. Betreibt doch noch ein paar, wenn ihr könnt. Stellt bei Verwandten beispielsweise noch einen auf, und wenn ihr Fragen habt, gibt es natürlich die Videokommentare unten. Ich empfehle euch aber, bei tiefgründigeren Fragen, euch an eure lokalen Freifunk-Communities zu wenden, denn die können euch dort meistens besser helfen als ich. Wenn das Video gefallen hat, dann lass das Däumchen nach oben da, hinterlass ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr, und empfehle natürlich das Video hier an deine Freunde weiter, dass sie auch zu Hause bei sich einen Freifunk-Hotspot betreiben können. Bis dahin, viel Spaß beim Funken, und hau rein!